ARD Text im Auftrag von Funk 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 wird mich nicht nur philip anlegen darf ich die eier haben aber damit kann ich höhner züchten dann nehmen sie dir wenn du sie unbedingt brauchst ernsthaft genau fahren wir selber was bist du für einen ich habe ihn schon circa eine halbe geschnurrt kein holz von dir bekommen für die kartoffeln ein bisschen random bäume pflanzen ach so jeffrey du hast deine hausse unten bauen und hoppola ich hab da ein ofen vorher abgebaut ich hab geklappt haben nein da war kein eisen drinnen oder war wohl da war gar nichts drinnen als ich ihn abgebaut ich habe nämlich etwas reingelegt damit ich einen slot mehr habe im monumentar als beweis kannst du dir das video anschauen ha philip holst du mir karbonen oder jeffrey willst du nicht selber gehen und wo ist mein eisen so ausnahme habe ich nicht geschnurrt ich habe nichts geschnurrt sag mal habe ich jetzt alzheimer sag mal habe ich jetzt alzheimer sag wie einen anderen ich habe überhaupt nichts genommen ich habe jetzt ein screenshot von meinem monumentar man von meiner chest wenn etwas fehlt dann rieche ich euch beide um warum sollte ich was schnurren ernsthaft ich habe jetzt wirklich einen screenshot noch nicht mehr da gemacht also von meinem chest ha jetzt habe ich die kohle und deine enderperle umgetauscht ha ha jetzt willst du verwirrt sein glaub ich sieht ja schlau dass nix also zählen jeffrey verlässt sich vor verwirrung selber das ist der afk oder was ja sonst war jeffrey verlässt sich vor verwirrung selber das ist der von mir sport nein ja wie er einfach nichts redet das ist ab normal was ist er redet einfach gar nichts und jeffrey singt einfach nur über den wagen wir sind eigentlich alle generell leise jetzt irgendwie aber mir fällt nichts an ja philip hat ne kleine schwester hat ihn müsste ich niemals bitten mein gott bitte wenn ich sie immer so fisch mit ihm lalalalala ich will dich mit ihr lalajajaja ja ich hab schon so viele verbale Wörter dieses was ja schon zu viele ehrlich gesagt nicht wie viele kacabohnen brauchst du kein lagen nein kacabohnen keine Ahnung drei vier ich hab aber acht da kannst du ja aber ich komm erst später wieder nach hause es wird spät in die nacht reichen warte fakt da waren jetzt drei glühter einen fleckmann bist du blöd wie liebte ein peter ein peter ein peter ein peter warum sollte ich film werden nein ich will nicht film sein kohl der gibt mir deine kohle so jetzt immer level 20 und gleich 21 ja ist klar die mir natürlich nicht die nötigen xp über 21 zu sein und 21 welches ist jetzt hier das lacht da unten werde ich zu machen das waren jetzt vier rieber das ist mir zu viel kohle oder wie es nicht gleich über haben schaut mal nach unten wo nach unten ich bin in der höhle drinnen und behindert das sind sieben skelette oder ich bin ja da kam es in sechs das wird sich da nicht auch nur ein herz oder wenn jetzt noch ein pfeil kommt nicht die also ich will es ja alle geteilt also ich will alle töten wo noch nicht wo wohnen wir so viele mobs es war unglaublich so tut mir leid ich wusste mich minuten meine mutter ist ins zimmer gekommen ich wollte im blau Bill, hast du schon deine Hauskarten gemacht? nein, Mama und wie wirst du es denn eigentlich machen? du lässt die Schule nicht schau Mama, ich draußen will es ist mir scheißegal, fang jetzt ein Zeug an nur das ist Jeffrey hat zu mir gesagt, falls ich in Diablo Paragon level 100 wert kriege ich 10 Euro ja ähm, und so ich brauche noch Beweis-Material irgendwie wieso steht da eigentlich was schon Skeletten what the fuck ein Creeper hat mich ich genau in mein Gesicht explodiert das war's also kakao bohren wenn ich mein staff wieder bekomme, ja ja, geh mal da hast du den Nasen da hast du den Nasen da hinten ist was da bin ich nochmal level 6 ich bin level 22 ich hoffe die Explodieren machen paar Creeper mieten im Gesicht ähm, Schwertrechtsklick kennst Alter, oder was? hast du viele pfeilige Körper ab? mh, nein, weiß ich nicht hab ich welche lol, ich hab auch welche einen in meinen meinen Oberarm und einen in meinen Knie und einen hab ich ok, die sind jetzt weg ich hab einen in jedem von meinem Körper, glaub ich ich hab einen in meinen Knie ok ok, scheiß auf Wüste Flensborn ja noch mehr, man sieht man das da auch, ja aber ich muss unbedingt einen Weg nach oben machen, das nervt ja, solltest du ich bin zu blöd was ist das eigentlich auf normal? warte, ja, auf normal ja, der Urscheiß nur so, ich bin verdeckt, weil ich meine Beine, meinen Beinschutz am Arsch ja, nur deswegen bist du jetzt verreckt ja, wenn normalerweise mal ein Bulles Leben hat und dann hat Beinschutz verdeckt noch nicht One-Hit an einem Ding sein äh, Creeper Explosion äh, eh nicht, und wenn du auch noch Rechtsklick machst, ähm, frisst du nur die Hälfte Schaden äh wenn du dann auch noch mit dem Schwert Rechtsklick machst, anfängt der Schwert die Hälfte von den Schaden ab hab braucht der Pfeile ich hab ein Stack jetzt ja, wär nicht schlecht oder bohnen will ja, bohnen will Pfeile würd ich gerne nehmen wer hat, wer hat die Ender mit der Kohle verteuscht? Philipp Philipp er hat sich, er hat, er verwirrt sich juhuhuhu hast du mir nicht vorher gesagt, du hast es verzehnt Mann hab ich Reinex ja, hab ich eigentlich gesagt, aber sag's keinen hab's Ufer geessen, tu beleid es, ich hör dir nicht zu Dankeschön setzen mich alle auf die Knorrlist Hallo Wer ist Philipp? Na ahnung Ich hab euch auch Ich hab gerade einen Youtube-Kanal Er hat ja ganz schön viele Abonnenten eigentlich dafür, dass er so schlecht ist F*** dich ab, du mal Ich hab dich auch lieb, Jeffrey Ähm Mir da ein bisschen was zum Essen mitnehmen Ah ja, jetzt wollte ich ja die Stiege nach oben bauen Wolltest du jetzt gar nichts machen? Doch, und eine Schaufel Mhm